Musik Wir sind hier im Warmluftraum, Station 2 von unserem 17-stufigen Badezeremonial, wo Körper und Seele bei 54 Grad langsam aufgelärmt werden. Hier sind noch original Majolika-Fliesen, original Bauzustand und auch die rustikalen Holzbänke, wo wir hier sitzen, sind dem historischen Vorbild nachempfunden. Wir empfehlen unseren Badegästen hier einen Aufenthalt von 15 Minuten. Das ist aber eine grobe Empfehlung. Je nach Empfinden kann der Badegast hier länger oder kürzer verweilen. Untertitelung des ZDF, 2020